so heute mal läuft läuft gut kann man gestorben und zumindest immer den geist recht gut identifiziert einmal hatten wir halt 50 50 genau falsch okay wir haben auch noch nicht campsite gemacht da wir die map ist nur richtig eine röcherstäbchen cruzifix lisa braun bist du braun kriegst du braun dieser braun gibt uns ein zeichen dieser braun gibt es ein zeichen den knochen da sieht aus wie ein zauberstab der knochen hier oben kann man sich auf jeden fall verstecken hier wird sein zeichen lisa wird sein zeichen ich habe das bord was wir gegen was geworfen ob schon ein zeichen ein zeichen war ja auf jeden fall was zeichen war nicht sehr laut deswegen kann es überall oben sein aber die hat wasser irgendwo angemacht hier oben im ballzimmer was hat denn hier dusche sein warum ist die das ist die andere dusche die ist das hier diese dusche ist scheinbar ein bisschen verpackt irgendwie sprüht sie ins andere zimmer rein wenn man die an macht war auf jeden fall die dusche die angegangen ist break haben wir doch nicht ne ich hab noch nicht geguckt und ich würde jetzt mal dieses zimmer hier sagen muss das in der garage sein keller ist nix ich kann mal nachfragen ja mach mal knochen habe ich ja wie gesagt ich check mal temperaturen dann ab aber wir haben noch keinen break hat und dann macht es wenig sind erst drin dauert ja das ist draußen ja draußen wo bist du das ist dann das zimmer wo ich gerade war wo die die badewanne angemacht hat ich direkt mal box ab ist ja wo bist du bist du bist du hier wie alt bist du bist du friedlich bist du hier wo bist du bist du hier bist du friedlich ich bin noch mal dieser braun ja er müsste sein lisa braun gibt mir ein zeichen sonderlich aktiv ist er nicht gefrierte temperaturen ja ja eindeutig so ob es dort hat oder ops ops ich weiß es nicht guck gerade also ob es dort oder ort sind die kameras steht jetzt auch nicht so hundertprozentig aber ein orb würde ich mal sagen checken wir mal dots ab nichts gesehen ja dots eindeutig jura oder uni guck mal jura wäre wenn sie den raum des jura ausräuchern wird er für längere zeit seine bewegung einstellen durch ihre hohe aktivitätsrate sind unis leichter zu erkennen unis bewegende objekte mit großer geschwindigkeit und sind aktiver wenn leute in ihrer nähe ja das könnte gut sein also der hat die dusche angemacht als ich da war der die tür bewegt als ich da war der hat irgendwas auf den boden geschmissen als ich da war das kann mal wie gesagt einfach raus wir nehmen jetzt einfach und schon seit du räucherst ich lege salz aus nachdem du geräuchert hast der dürfte dann wer dürfte dann ja eigentlich ich meine warte ich warte ich frage nochmal sicherheitshalber nach in dem raum ist ich nie mal wo bist du wo bist du nicht ja 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 ich habe immer noch mal das buch gefragt das wort gefragt ausgeräumt ist schon durchgelaufen wird seine bewegung ist kein bisschen ich würde sagen ohne ja da sollten wir ja noch hinkriegen ja aber welche als habe ich das ausgemacht war ich das mit dem fixen soll ja noch zwei stück jetzt sind beide aus so 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 hat ja gut funktioniert ihr scheiß badezimmer hier wird es siebenmal angepasst die kellertür siebenmal angepasst weiß ich hoffe man ist dann noch legt man eine hier ins badezimmer mache ich die hat auf jeden fall hier was rumgekommen also hat ja gut was haben wir jetzt gesagt ohne wir haben aber auch alles hat sie jetzt gerade gehandelt oder was lol genau in dem moment gehandelt haben dann weil gerade bist du da noch hingelegt haben war weide noch voll jura war richtig ich habe es noch am ende weggeklickt nein scheiße ich glaube wir haben uns vertan jura war das mit dem ding oder jura war mit der bewegung einstellen oder so